Fintel am Eingang des Pustatals, Hotel Lodenwirt. Hier fand das erste der drei Neujahrstreffen statt, welche die Handelskammerbozen für Südtiroler Unternehmer und Unternehmerinnen veranstaltet. Motto dieser achten Ausgabe, Erfolgsfaktor Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tragen maßgeblich zum unternehmerischen Erfolg bei. Ein guter Mitarbeiter ist natürlich das größte Kapital für unseren Betrieb, mit seinem gastwirtschaftlichen Betrieb und da folgt und stört das Ganze mit den Mitarbeitern. Immer wieder ist unterstrichen worden, dass die persönliche Identifikation der einzelnen Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen Antrieb für dessen Weiterentwicklung ist. Es ist eigentlich das Ei des Kolumbus, wenn man instand ist, gute Mitarbeiter zu halten. Aber wir versuchen halt viele Einzelheiten und viele Sachen umzubieten, familienfreundlich zu agieren, die Mitarbeiter eben mitbestimmen zu lassen und auch familienfreundliche Arbeitszeiten einzuführen und so weiter. Es ist eine Vielfalt von vielen Punkten. Es gibt keinen Grund, keinen einzigen Grund, warum man Mitarbeiter gute behalten kann. Andreas Rogger, internationaler Manager für Human Resources und Organisation, hielt ein Impulsreferat über Millennials, Generationenwechsel und neue Mitarbeiterbedürfnisse. Nach Fintel werden die weiteren Neujahrstreffen in Latsch und Bozen stattfinden. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein.